So, Christoph, du musst mal fertig zusammenwischen, wir gehen gleich Heistführer an. Ja, ist gut. Und der Samy schießt langsam ab, so wie wir ihn verlassen haben. Und, äh, errettet sich. Ah! Gott, verdammt wieder mal! Benjamin! Na, herren, warte! Weck dir doch noch mal Arsch, du! Ah, hey! Komm mal her! Alles klar! Gut zu mir mit dir! Ja!